Hey, Kinder, was geht denn bei euch ab, Junge? Willkommen zu einem weiteren Gameplay-Kommentari. Von mir ist es live, ich muss doch schnell die Uhr ausziehen, weil sonst geht gar nichts. Ich spiele jetzt zum ersten Mal Free for All. Ähm, ich bin gespannt. Ich wollte folgendes, wollte ich geschwind erzählen. Und zwar, ich habe ja wirklich jetzt in letzter Zeit nicht viel hochgeladen, ich weiß. Da kam jetzt nur dieses Ark und das ist natürlich auch nicht dieser typische Fuck. Nicht dieser typische Dummschwätzer-Kram, wie ihr ihn eben sonst von mir kennt. Du kennst da, brah! Das weiß ich, das, äh, ja. Ich habe jetzt ja Urlaub, seit ungefähr einer Woche, also eigentlich, ich habe Semesterferien. Und, oh, fuck, ich helfe meiner Freundin im Kindergarten aus als Praktikant. Und deswegen bin ich diese Woche schon mal belegt gewesen. Nächste Woche ist es auch nochmal bis Mittwoch. Und dann bin ich endlich wieder deutlich mehr hier am Start. Und ich weiß, ich habe auch gesagt, dass ich am Dienstag jetzt wieder fett zurück bin mit ultra krassen Videos und was weiß ich. Du bist mich ge... Als ich diese Ankündigung gemacht habe mit Dienstag, wusste ich leider nicht, dass ich Dienstags auch nochmal im Kindergarten werke. Nein, fuck, Mann! Und deswegen hat das alles nicht so geklappt. Ich dachte, ich wäre direkt montags fertig. Aber dem war nicht so. Ich wurde, weil das so toll geklappt hat, für Dienstag direkt noch mitgebucht, praktisch, wenn man das so sagen kann. Deswegen, das waren alles diese Schwierigkeiten, die ich da jetzt so hatte. Und, ähm, deswegen konnte ich jetzt noch nicht so richtig fett durchstarten. Ich mache jetzt aber trotzdem eben, ähm, mal wieder ein Commentary für euch, weil das ist wenigstens was, was schnell geht. Da muss man sich nicht viel, äh, da muss man nicht viel machen, ne? Ihr wisst Bescheid. Man muss nur spielen können, ne? Und das kann ich natürlich schon ein bisschen. Habt ihr das gesehen? Ich hab, das war Intuition. Das war gerade mal Intuition, da, mit dem. Boah! Dann ist das fertig. Also eine Runde geht noch. So, noch eine kleine Runde auf Nuketown geht natürlich immer. Free for... Ich werde auch bald mit Big Wallin was richtig Fettes machen. Ich will noch nicht zu viel verraten. Oh mein Gott! Aber mit... einem Piggywisch. Da... Da läuft bald was. Richtig fett. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ich denke immer, da steht eine dieser blöden Figur. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ich kann nicht einfach wie die Wilden hier rumschießen. Oh mein Gott! Mein Aiming ist ja wieder so hot. It's fucking unbelievable. Äh... Nice, du Lappen! Ich werde mit euch aufwischen, wenn ich mit euch fertig bin. Er hat in mir geklaut. Oh, Freefall ist schon hart. Da darf man nicht so krass vorgehen. Ich merke es schon. Da muss man sich eigentlich gut konzentrieren. Hallo? Fuck, man. Geht jetzt mal weg, Mensch. Oh Mensch, ey. Immer diese Hinschmeißer, Mann. Ich könnte brechen, wirklich. Da habe ich gestern mit Wallin schon so, äh... Schreierei gehabt. Äh, wir haben zusammen gezockt. Und er ist halt auch jemand, der sich hinschmeißt. Ich weiß noch nicht mal... Bei mir ist hinlegen auf C. Ich habe mich noch... Ich habe mich gestern das erste Mal, glaube ich, hingelegt in dem Spiel. Warum legt man sich denn hin? Natürlich, um den Schüssen zu entgehen. Aber Mensch! Jetzt mal im Ernst. So was macht man doch nicht. Man steht im Kampf. Man setzt... Man kniet sich maximal hin. Auf STRG habe ich... Was mache ich denn? Warum habe ich denn gleich mit der Waffe gewechselt? Auf F wirft man keine Flasche, oder was? Das Spiel ist für mich einfach, äh... Nach wie vor... Ich bin einfach kein Kotter. Ich bin doch kein richtiger Kotter. Schon wieder kommt einer von hinten mit der Pump. Also Pump ist schon ziemlich kacke. Ich muss hier mal auf die Vektor wechseln. Vektor bin ich so just a little bit... Better, I think. Hab ich gesehen. Das ist übrigens das erste Video, das ich hier in 60 FPS auf dem Kanal bringe. Fuck, man macht doch mal einen behinderten Schrot... Ich hole das auch Schrot für hinten, das auch. Wieso rumlecken? Was ist los? Macht mal eure Internetverbindung richtig, ey. Lächerlich. Lächerlich. Freut euch auf dieses große Projekt, das ich mit Big Wallen bald machen werde. Wir werden darüber dann jeder auf unserem... Auf unseren Kanälen nochmal, äh... Was dazu sagen. Aber das wird echt fett. Das wird ganz schön fett. Aber ich verrate natürlich nicht, was es ist. Gut. Hallo. Dann, äh, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.